Es geht um zwei ältere Frauen, die einen Neuanfang machen wollen. Die eine zieht zu der anderen. Die eine kommt vom Land, die andere kommt aus der Stadt, direkt aus der Bronx. Und was jeder für eine Entwicklung macht. Das ist unglaublich toll geschrieben und total spannend. Ich mache auch keine Gedichte. Nicht? Nein, schon. Aber bei den anderen Leuten habe ich nicht viel Geduld. Und ich glaube, so geht es mir mit Kindern. Ich glaube, so geht es mir mit fast allen. Wir haben hier bei dem Stück etwas Spezielles entwickelt. Das ist eine eigene Klangkugel, die wurde extra gegossen in einer Glockengießerei. Und alle Sounds sind aus dieser Glocke entstanden. Ich will das machen, was du gemacht hast. Nein. Warum nicht? Weil was? Weil ich mit all dem fertig bin. Du sollst es nicht machen, nur mir zeigen. Ich habe meinen Fokus gelegt auf, dass wirklich diese beiden Schauspieler zum Zuge kommen. Deswegen ist es auch ein fast leerer Raum. Das ist wie eigentlich auch der Innenraum von Sharon. Das ist wie eigentlich auch der Innenraum von Sharon. Ich habe mich auch hier in der Stadt. Ich habe ihn schon gefallen. Das ist wie eigentlich auch der Innenraum von Sharon. Ich habe meinen Fokus gelegt. Ich habe ihn für mich wohl hier in die Ruhe. Ich habe ihn mit mir. Vielen Dank.